Und da frage ich doch nach. Bei Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Willkommen. Hallo, ich grüße Sie. RWE, wir haben es gehört, argumentiert, die neue Braunkohle brauche man, um Energiesicherheit in der Krise zu gewährleisten. Geht das nicht auch mit anderen Maßnahmen? Ja, es geht mit anderen Maßnahmen. Wir haben es im Rahmen einer Studie nachgerechnet, aber auch andere Studien sind zu dem ähnlichen Ergebnis gekommen, dass Lützerath nicht weichen muss, dass die Tagebaumengen ausreichen, die jetzt genehmigt sind in den Revieren Garzweiler und Hambach. Und das würde eben bedeuten, dass man das Dorf hätte nicht abbagern müssen oder nicht abbagern muss. Insofern besteht hier keine energiewirtschaftliche Notwendigkeit. Selbst wenn man die Kohlekraftwerke länger auslastet oder mehr auslastet, wie es jetzt im Rahmen der Gaskrise stattfindet, reichen die Mengen trotzdem aus. Und das wäre auch die bessere Alternative gewesen. Nun muss man auch dazu sagen, Lützerath war RWE in einem politischen Deal zugesprochen worden, im Gegenzug für ein 8 Jahre vorgezogenes Kohleausstiegsdatum. War, ist dieser Deal der richtige, um das 1,5-Grad-Ziel doch noch einzuhalten? Nein, das ist ja leider nicht. Es ist auch in dem Sinne kein guter Deal geworden, auch wenn man ihn so verkaufen will. Es ist richtig, dass wir bis 2030 aus der Kohle aussteigen müssen. Und das ist auch wunderbar, dass wir das jetzt in Nordrhein-Westfalen umsetzen. Aber das ist genau im Klimaschutzgesetz schon festgelegt, beziehungsweise auch im Paris-Abkommen, zu dem wir uns verpflichtet haben. Und wo uns das Bundesverfassungsgericht ja schon gesagt hat, wir müssen es umsetzen. Das heißt, wir setzen hier nur geltendes Recht um, wenn wir bis 2030 in Nordrhein-Westfalen aus der Kohle aussteigen. Und dann rechnet man sich, ist ein wenig schön, dass man dann sagt, na ja, wir sind jetzt 8 Jahre früher raus. Das wäre gar nicht kompatibel gewesen mit den Zielen, die man eigentlich vereinbart hat. Und auf der anderen Seite hätte es andere Möglichkeiten gegeben, dass man auf Lützerath wirklich verzichtet hat, es zu zerstören und die Kohle direkt dort zu fördern. Frau Kempfer, Sie sprechen von anderen Möglichkeiten. Welche wären das denn gewesen? Naja, also die jetzigen Tagebaureviere in Hambach und Garzweiler haben ja existierende Kohlemengen. Man hätte andere Routen wählen müssen und auch können, die eben nicht so leicht erschließbar sind, wie jetzt in Unterlützerath. Und die Mengen auch nicht so groß sind. Aber wir wissen eben, wir müssen ja raus aus der Kohle. Das heißt, es hätte ausgereicht, diese Tagebaumengen zu fördern, ohne dass man Lützerath dort beschädigt. Und das wäre auch aus meiner Sicht der bessere Deal gewesen. Gerade weil wir jetzt ja sehen, dass Lützerath zum Symbol wird, der Klimaproteste, dass praktisch Lützerath Hambi 2 wird. Und das sollten wir vermeiden. Wir können diese Bilder nicht über die Welt schicken. Das ist tatsächlich ein fatales Signal, was Deutschland hier abgibt. Das heißt, diese Bilder haben für Sie auch einen hohen symbolischen Wert? Sie haben einen hohen symbolischen Wert, was sich auch daran zeigt, dass ich viele, viele Rückmeldungen aus vielen, vielen Ländern bekomme, die sagen, was ist da bei euch los? Ihr seid doch eigentlich Klimaschützer. Und jetzt werden Klimaaktivisten weggetragen. Und die Bagger zeigen sich überall auf der Welt. Das ist das falsche Signal. Deutschland verliert hier Glaubwürdigkeit, was auch die internationale Klimaschutzbemühungen angeht. Da sollte man Einheit gebieten. Wir werben sehr stark für ein Moratorium, wenn nicht einen aktuellen Stopp der jetzigen Räumung. Alle sollten sich an einen Tisch setzen und eine Lösung finden, die auch für die Klimaschützer verträglich ist. Das heißt, Sie sehen wirklich noch eine Möglichkeit, jetzt im Fall Lützerath noch zu einem Kompromiss zu kommen? Na, ich hoffe es sehr. Wenn es jetzt wirklich darum geht, dass wir vier Wochen Proteste begleiten müssen, auch medial. Und dann die Bilder immer wieder weitergehen. Und die Klimaschützer ja immer auch deutlicher machen, dass die Klimaziele ja eingehalten werden müssen, was ja richtig ist. Heute haben sich über 500 Wissenschaftler im Rahmen eines offenen Briefes denen auch angeschlossen und fordern eben auch ein Moratorium, das man jetzt innehält und noch mal neu verhandelt. Sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Frau Kempfert, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ruhig. Vielen Dank.